Wer von euch mir auf Twitter folgt, hat es vielleicht mitbekommen, am Sonntag ging die erste Folge unseres neuen Podcasts Grundrauschen online. Also wir, das bin ich zum einen natürlich, aber auch Bastian, mit dem ich gemeinsam eben einen neuen Podcast gestartet habe, auf dem wir eigentlich beide einfach Bock hatten. Und das Ganze soll so eine Art, ja, Laber-Podcast sein, wie ihr es wahrscheinlich von diversen anderen Leuten auch schon kennt. Wir wollten euch da einfach mit unseren Themen, mit den Dingen, die wir zu erzählen haben, ein bisschen unterhalten. Und wir hatten schon mal ziemlich Lust und viel Spaß auch bei der ersten Folge beim Aufnehmen. Wir haben auch geplant, das Ganze eben regelmäßig zu machen. Also wir sind uns nicht ganz sicher, ob es wöchentlich oder ja, monatlich kommt. Auf jeden Fall geplant ist, Samstagmittag die nächste Folge hochzuladen, also wenn alles gut läuft. Und dann eben fortlaufend, entweder alle zwei Wochen oder jede Woche eine Folge hochzuladen. Je nachdem, ja, wie wir auch Inhalt haben und dazu kommen. Grundsätzlich ein Projekt, auf das ich schon mich lang gefreut habe, beziehungsweise wo wir auch schon länger planen, wie wir das denn machen wollen. Mit der Idee des Titels und des Covers und so weiter kam alles Basti auf. Da habe ich nicht viel mehr dazu beigetragen, außer mein Bild, wie wir auch im Podcast kurz besprechen. Und ja, die erste Folge ist online, gibt es auch auf Spotify, auf iTunes, beziehungsweise auf meiner Website oder unserer Website. Könnt ihr gerne mal abchecken. Links dazu sind natürlich in der Beschreibung unten. Und ja, wie gesagt, das Ding ist einfach ein Podcast, wo wir einfach über Dinge reden, die uns so interessieren. Und Dinge, die uns gerade vielleicht auch vorgefallen sind, die gerade eben aktuell sind. Ob es politische Themen sind, ob es Technik ist, ob es Gaming ist, ob es das Privatleben ist und so weiter. Also wir haben da ja vor uns quasi keinem Genre zuzuordnen, sondern eher so in die Richtung, ja einfach Lava-Podcast zu machen. Und ja, gerne auch natürlich mit euren Themen, mit euren Fragen, falls euch da irgendwas einfällt. Wir lassen uns da gerne natürlich inspirieren, beziehungsweise planen das Programm vielleicht ein bisschen nach dem, was ihr euch vielleicht vorstellt. Vielleicht auch so das ein oder andere Thema, das ihr eben einbringen wollt. Eine Frage an mich, an Basti, wie auch immer. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen Basti nämlich noch. Wir haben früher mal, Gott, das ist schon ein paar Jahre her mittlerweile, zusammen auf, ich glaube, Twitch oder YouTube gestreamt, wo wir es ein bisschen ausprobiert haben, wo wir ein bisschen auf der Playstation gespielt haben. Und entsprechend da, ja, gemeinsam auch das ein bisschen ausprobiert haben, wo ich auch ein bisschen mehr aktiv noch war, könnte man sagen. Weil ja, die letzten zwei Wochen weiß ich, kam schon wieder kein Video, ich komme einfach aktuell leider nicht dazu. Darum soll es unter anderem auch im Podcast gehen, so ein paar private Dinge eben erzählen, weil bei mir eben gerade privat ein bisschen was passiert. Oder passiert ist eigentlich hauptsächlich. Und ich da auch nicht ganz so dazukomme. Und da wollen wir einfach ein bisschen drüber quatschen, damit ihr, vor allem es ist halt auch für mich zum Beispiel einfach, so einen Podcast zu produzieren, als eines der Videos, die ich zuletzt gemacht habe. Weil manche Videos einfach deutlich aufwendiger sind, weil ich eben recherchieren muss, Text schreiben muss, beziehungsweise mir ein paar Stichworte zusammenlegen und so weiter. Und das ist natürlich ein Podcast deutlich einfacher, vor allem wenn man sagen kann, was man will und da haben wir einfach Bock drauf. Ich werde euch jetzt am Schluss noch einen kurzen, auch schon einblenden, beziehungsweise einfügen von dem Podcast, wo ihr gerne mal quasi so einen kleinen Schnipsel bekommt, wie es denn so klingt, wie denn das Ganze so abläuft. Und ansonsten schaut gerne auf jeden Fall bei den Links vorbei, die ich euch unten in die Videobeschreibung packe beim Podcast. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da eben reinhört mal. Vielleicht hört es euch einfach mal an, schaut, ob sowas für euch ist. Wenn nicht, auch kein Thema natürlich gibt, wie gesagt, jede Menge Podcasts. Und würde mich aber trotzdem freuen, wenn der ein oder andere vielleicht da Lust drauf bekommt. Dann danke ich schon mal an der Stelle fürs Zuschauen, beziehungsweise Zuhören. Und ja, hört euch noch kurz das Schnipsel an. Also jeder, der das jetzt mitbekommt, wir starten jetzt einfach von hier ohne großartig Hallo sagen, jedenfalls am Anfang. Das kommt gleich noch. Jeder, der das jetzt hier hört, wird sehen oder wird mitbekommen, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Nachdem wir schon eine halbe Stunde geredet haben, glaube ich, ungefähr war das. Und ich gemerkt habe, dass mein Handy wieder zickig ist und das Mikrofon ein Millimeter zu weit rausgezogen war. Dadurch hat er gar nichts aufgenommen. Und da ich natürlich auch nichts auf dem iPad aufgenommen habe oder auf dem PC, hat er natürlich keine Tonspur gehabt. Also von daher Hallo Welt. Jetzt hört man mich auch. Das ist ganz toll. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja schön. Ja, dann fangen wir nochmal mit dem Einstieg an. Wir haben uns beide gedacht, es gibt noch nicht genug Podcasts da draußen, deswegen machen wir auch einen. Wir, das bin ich, Lukas und Bastian, wobei ich ihn gerne Basti nenne. Ich nenne dich gerne Luki. Ja, kannst du gerne machen. Nein. Also ich meine, so wie du das aussprichst, ist komisch, aber das ist ein anderes Thema. Das liegt wohl eher an der sprachlichen Barriere, wobei sprachliche Barriere ist jetzt relativ, an der Entfernung, sagen wir mal so. Ich spreche ja wohl das flachste Deutsch, was es geben kann. Also ich komme aus Bremen, das muss ich gleich dazu sagen. Lukas kommt ja aus 800 Kilometer weit entfernt. Wobei du kommst ja fast schon aus der flachen Region Österreichs, ne? Nein, naja. Oder sind bei euch schon Berge zu sehen? Ja, man sieht schon Berge. Also ich wohne quasi neben Wien, also für die Leute da draußen, die sich jetzt fragen, wo ich denn zu Hause bin, weil ich könnte 800 Kilometer könnte auch irgendwo, weiß ich nicht, woanders sein. Das wird übrigens auch noch interessant, wenn wir das dann irgendwann bei Spotify hören.